so ihr lieben zurück bei auf man weiß es nicht so ich bin bloß rausgegangen nicht dass ich jetzt wenn ich pause drückung mal schnell naja ihr wisst schon eine hohe ne von latz kriege schon mal rumgucken auf manche mal was sie looten können noch sag ich dir nicht sag ich dir nicht wer weiß schon wozu das alles mal gut war ich ich weiß dass jett wird sich nervös machen ach quatsch wollen wir da oben lang gehen wir sind so da oben echt äh ich bin doch mehr so gehen wir mal in deckung vielleicht sind wir jetzt mal hier was du damit nicht zumindest sieht es normaler aus ach übrigens wenn wir hier sind hier gibt es eine wackelpuppe zu gewinnen also wer auf jacke wackelpuppen jagd ist hier gibt es eine die finden wir aber jetzt noch nicht das dauert noch ein bisschen oh mein Gott Terminal war hier aber ich will mich noch ein bisschen umgucken weil wir brauchen ein bisschen Mut das muss doch die Finch von den Finch war machen wir ja jetzt das muss definitiv ja das müssen wir schon alles mitnehmen auch wenn es für euch langweilig ist aber das gehört zu dem Spiel das müssen wir einfach mitnehmen weil wir wollen ja auch Nähebauhelmen oh das könnte man eigentlich mitnehmen da ist nämlich eine Lampe dran ja wie klingt inzwischen alles nachschritten ja ja wir könnten den ja genau den lassen wir raus halt ich hab doch gerade was nein 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 jetzt geschafft Vorsicht Falle wurde die schon ausgelöst oder was komisch komisch ausgelöst was okay cool das war jetzt ich glaube ich bin jetzt gerade nicht Ich bin nicht sicher, wir gucken mal. Pah, jetzt werden wir nicht so viel. Wir fangen mit Null an. What? Ehe ein Treffer. IP könnte das sein. Verstecken, vor mir? Ich habe doch eh ein Treffer. Hm. Okay. Das wird es nicht sein. Zehn. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Ach, kommt schon. Zwei. Ja. Wie schön ist. Oh, scheiße. Nein, wir sind hinter uns. Nein. Vor allem, du stehst da draußen. Du musst mal reingucken. Draußen. Greif dich gerne. Oh, ist auch eine Lampe dran. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal die Quest. Dann loot ich dann im Nachhinein ja alles durch. Genau so. Ich will es bloß jetzt nicht auf mal hier runter müssen. Den hat man, oder? Das nehmen wir noch mit. Äh, ja. Genau, ich loot dann in Nachhinein. Okay. Jetzt gehörst du mir Mann. Ich kann nicht sagen. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Oh. 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 Jetzt muss ich bloß mal ganz kurz looten. Das hat aber... Äh, anderen Grund. Komm hoch, Preston. Und zwar... Halt, hier brauche ich noch ein bisschen. Weil gleich wird es wieder... eklig. So. So. Weil ich will euch noch in dem Video die Wackelpuppe zeigen. Und klar wird es noch ein Heft gibt. Warum? Ich stehe total bescheuert. So. 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 Hier hat euch einen Eno. Na gut. Hier hat euch einen Boeno auch gleich das Holzen gewehrt. Na gut. So. Geben wir auch mal alle Waffen durch. Na die brauchen wir eigentlich nicht. Ach das ist eine Schrottflinte. Die ist eh. Nee. Ich glaube, hier gibt es sogar noch ein Heft. Wer bist du denn überhaupt? Ich bin Slack. Und wir sind die Geschmiedeten. Und du? Du bist jemand mit Mumm. Das gefällt mir. Siehst du, Jake? Hier ist jemand, der meine Zeit wirklich wert sein könnte. Nicht wie du. Sie werden mich töten. Aber ich habe dir alles gebracht, was du wolltest. Dinge von deiner Familie zu stehlen, beweist nicht deine Stärke, Junge. Allerdings könntest du mit diesem wunderbaren Schwert, das du mir gebracht hast, noch eine letzte Chance erhalten. Töte den Gefangenen und zeig mir, dass du doch zu was Nütze bist. Du hast gesagt, wir würden Überfälle außerhalb des Commonwealth durchführen. Die Leute sind keine Gefahr für uns. Zeig mir, dass du töten kannst. Entweder du oder er. Oh Gott, was soll ich tun? Bitte, lass mich gehen. Was wirst du tun, Jake? Was ist mit deiner Familie? Würde Abraham wollen, dass du das tust? Zeig mir, dass du es wert bist, geschmiedet zu werden. Er hat dich geschickt, um mich zu finden. Ja, er ist stur. Aber er wollte, dass ich dich zurückbringe. Du hast recht. Ich will nicht zu den Geschmiedeten. Ich will nur nach Hause. Sie werden größere Sachen brauchen. Wenn du ihn nicht tötest, bevor ich bis drei zähle, ist es vorbei. Eins. Mensch. Oh, die Baffe. Ja. Was ist das? 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 Oh, ich hoffe wir leben wollen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe kein Recht dich darum zu bitten. Aber wenn du mir beim Erklären hilfst, dürfte es mit meinem Vater einfacher laufen. Wenn du ihm das Schwert meines Urgroßvaters bringst, wird sich das für dich lohnen. Er versucht immer fair zu sein. Ich warte an der Überführung in der Nähe der Farm. So, jetzt zeige ich euch unser Erfolgserlebnis. Und zwar... Wackelbubbe. Sprengstoff Wackelbubbe. Du erhältst dauerhaft plus 15% Schaden mit Sprengstoff. So, und eigentlich wo? Ach da! Und hier! Epikos! Ja! Noch ein Heft. Ich glaube, das habe ich mal gelesen. Hecht? Ich habe noch ein Heft hier. Ich hatte die Waffe. Opa! Drei. Du musst in der Hand gehen. vielleicht können wir auch noch gleich unsere kaputten teile so jetzt wissen wo es eine wackelpuppe gibt und ein heftchen hoffe die folge hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder mega daumen für euch und ich somit sage ja schon mal tschüss